Meine Damen und Herren, Alkohol in unserer Gesellschaft ist und bleibt ein großes Beruf, wie Sie hier erkennen können. Dafür müssen Präventionsmaßnahmen errichtet. Und falls Sie es nicht gemerkt haben, Alkohol ist in der Tat, wie Sie hier sehen, ein Gift. Es macht die Nervenzellen kaputt. Ja, es lässt sozusagen die anständige Jugend so wahrlosen. Die Hemmungsschwelle wird gleich null gesetzt. Aber wenn Sie rostig gelernt haben, dann raus. Ja, los auf, Nico!